Wir fahren heute nach Zelle, dort unser Wohnzimmerkonzert, inklusive Schweißfüße und danach geht es weiter. Wohin fahren wir danach? Danach fahren wir nach Schwerin. Weißt du, was passiert, wenn du das Ende drin hast? Schwerin? Ohne R? Freitag spielst du in Schwein. Also gut, ich trinke wie jeden Morgen um 11 Uhr mein Pilz leer. Das zweite, oder? War sehr heiß. Ah! Guck mal, was haben wir denn hier? Einmal gepresster Rinderkadaver und einmal gepresster Hühnchenkadaver. Und einmal gepresster Hühnchenkadaver. Vom Hund. Vom Schwein. Gut. Oh, das ist mein Pilzer! Wir hören gerade das schlechteste Lied aller Zeiten. Der Welt, das schlechteste Lied der Welt. Das ist so eine Scheiße! Wir sind in die Zelle angekommen, wir wurden sehr herzlich empfangen von der Alexa, sind dann hochgegangen und unseren ganzen Scheiß hochgeschleppt in den ersten Stock. Die Wohnung ist gigantisch groß, also wie viele Quadratmeter wir die haben? 3000. Ein Hektar. Wir haben aufgebaut, wir haben es alles ziemlich laut gemacht und die Alexa, also jetzt kommen so langsam die ersten Gäste, die Alexa kennt bisher erst zwei davon und uns. Wobei sie wird uns heute auch noch kennenlernen. Weißt du wieso? Weil wir sind nämlich so laut. Wir sind ja gerade in der Zelle, weißt du was es danach gibt, wenn wir fertig sind? Zytokinese. 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 Das ist auch nur was. Da ist nämlich Zelltheilung angesagt hier. Wir machen heute Richter, wir haben jetzt extra noch ein paar Batterien gekauft und wir richtig laut machen können. Es kommt nämlich alles in die Boxen rein. Und wir haben noch ein paar Special-Effekte. Das weiß die Alexa noch nicht. Die Special-Effekte werden dir das Paket schön versauen. Wir hauen dann mal ab und sehen uns gleich. Servus. Hi. 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 Hi Ben. Hi. 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 Das ist die Gastgeberin. Wir gendern heute. Genau. Machst du ein Video? Natürlich. Ja. Ich bin tierisch. Ich auch. Was soll ich sagen? Es war schön. Es war schön. Wir haben gespielt im Wohnzimmer. Wir haben hier. Wir haben hier. Ich bin hier. So. Dieses Zimmer. Oh krass. Ich übertrieben. Das ist einfach ein Secondhandladen. Die haben ein eigenes Schrank als Zimmer. Hey Alexa. Gastgeberin? Willst du was sagen? Nein. Willst du nichts sagen? Das ist cool. Das reicht schon. Erzähl mal was. Wie war es denn heute? Ich hab den Futter so geil. Ich hab den Futter so geil. Wir kriegen den Abbau. Darf wir ein bisschen was ich will. Geil. Ich bin nicht schuld, du hast es gesehen, hast gehört, weißt du was? Ich bin nicht schuld Ich bin nicht schuld Today is gonna be the day that we come from back to you Wie sind die Akkorde? Vergiss das Ich bin nicht schuld Die Akkorde Ich bin nicht schuld, du hast es gesehen, dass du siehst Werke bewegte Vielen Dank.